Angeswechentechnisch ist das hier an Bälle paradis Angeswechentechnisch Bälle paradis Angeswech, bist du ein Angeswech'n ein Boss Und du sammelst halt Angeswech Deine Haare sind zu fettig, du kannst Leute unterbohren, wa? Der Equalizer läuft im Super-Super-Skinder-Rat Immer der gleiche Beat, was man beinahe verstehen kann Kann man nicht rappen, nimmt man den auf dem Mal, einmal nur kicklein Dazu ne Restyle-Kitchen, eins zu einem echten und geilen Sound Auch weil die keiner kennt und schaut ja, da fällt das keinem auf Auch und der Creasy hat mit deinem Aus der Jury hier getinkt Das ist doch unfair für euch, so hart wie du ihn runterziehst Der Gegner, sie haben viel angriffsliche Wassel-Trottel-Dag Die seid langweilige Pisser, ist das jetzt ein Kompliment? Diese Finger, alter Bar, was ein gammeliger Mist Da klaust du Lines von deiner Crew, weil du ein Langfinger bist Ey und die Handschuh-Suche ist für dich ja ziemliche Scheiße Mit den Fingern kannst du nen ganzen Gymnastikball umgreifen Ein Gegner nennt dich ein Packer, du machst direkt ein Logo draus Sie sagt, du siehst wie scheiße aus und hab Angst vor deinem neuen Merch Jeder mitträge Front ist für dich ein potenzielles Logo Ich war drauf, dass ein Packer lange Finger bekommt Du hast lange Finger, du hast, du hast lange Finger Was recycelt wird, ein super Zufallsgenerator Ihr hattet die beste Quali, doch logisch, dass ihr jetzt fliegt Denn seit ner Ewigkeit habt ihr denselben Beat auf dem Peach Ey, so will pick doch mal was anderes, das ist doch traurig Und küsiert bei ner Beat so hohe so Nieten, oh Kaube Und erschlüsselt das CFTSQ ganz schön schlimm war Besser wäre es auf einmal, da er's gar nicht drin war, so wie wir Außerdem erwähnt ihr Angriffsflächen Macht das so oft, dass wir vergessen Punch zu texten Und zacken springt jetzt einfach ab in der Mitte der Frist Wie war das mit den Ratten und dem sinkenden Schiff? Du bist jetzt völlig allein, dich hat dein Partner verlassen Du siehst für sie Max aus, ey warte, das könnte passen Und dein Partner eurer Quali fand ich ziemlich schrecklich Aber da zeigst du uns immerhin dein Lieblings-Set-Lib Themenverfalt ist bei dir echt nicht da Leute wie du bringen in 16 Bars, 16 Bars, alter Bar Oh! Oh!